Hey Leute, kennt ihr das? Hey, chill mal, man. Das ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst? Nein. Was machen wir da? Socken rocken? Socken rocken? Ja. Kann ja wissen, wenn hier kein Intro kommt. Warte, das ist zu cool. Das ist zu cool. Das ist zu cool. Mach lieber runter. Hey Leute, habt ihr es mitbekommen, der neue Trend der Harlem Shake? What the fuck ist der Harlem Shake? Genau das gleiche haben wir uns auch gefragt. Und dabei kam das raus. 50.000 Ergebnisse bei YouTube. Und bevor wir euch jetzt lang und breit versuchen zu erklären, was eigentlich der Harlem Shake ist, zeigen wir euch hier ein paar kleine Beispiele zusammengeschütten. Musik TAir Ja, Leute, der Harlem Shake ist nichts anderes als ein bisschen rumgezappelt in der Menge. Am besten verkleidet und so komisch wie nur möglich. Und das Besondere ist, beim Harlem Shake gibt es zwei Teile. Im ersten Teil ist die ganze Menge sozusagen da, aber sie macht einfach was ganz alltägliches. So wie jeder ganz normale Mensch. Nur ein Mensch, der zappelt schon so ein bisschen irgendwie komisch rum. Und im zweiten Teil... Und im zweiten Teil zappeln... Hör mal auf, Mann! Hopfa! Ich seh das mal immer so. Und im zweiten Teil tobt die ganze Menge mit. Alle machen mit, die gerade noch in diesem Bild waren und ihre alltäglichen Dinge gemacht haben. Ich will jetzt drehen. Hallo, läuft's schon. Lass deinen Bauchnabel jetzt. Oh, guck mal. Junge, lass es jetzt unten. Und warum erklären wir euch die ganze Sache? Tja, wenn jetzt jeder diesen Harlem Shake macht... Müssen wir als Hauptstadtjungs natürlich nachziehen. Dazu haben wir ein Facebook-Event aufgemacht. Nächsten Samstag am 23. Februar um 14 Uhr werden wir uns am Alexanderplatz treffen und dort ein Harlem Shake-Flashmob in Berlin, in der Hauptstadt Deutschlands machen. Der Link zu dem Event ist unter dem Video in der Videobeschreibung. So Leute, bringt alle mit. Freunde, Verwandte, Oma, Opa, Tierschrank, Bett, Teller. Alles mitbringen, was mitgeht. Es wird einfach grandios. Damit viele Leute das Video sehen, gebt doch einfach einen Daumen hoch. Denn wir haben auch mitbekommen, dass ihr es geil findet, wenn wir was mit der Community machen. Und da denke ich, wäre es einen Daumen hoch nicht zu viel verlangt. Kannst du das? Toll. Echt. Du fastest Clap-Hander in the world. Komisch, dass du nur YouTuber geworden bist. Mit den Fähigkeiten. Damit ihr das Video, was beim Flashmob entsteht, auch nicht verpasst, hat YouTube extra für uns ganz exklusiv einen Button programmiert. Da steht Abonnieren drauf. Einfach mal raufklicken, damit ihr dann nächsten Sonntag das Video nicht verpasst. Denn nächsten Sonntag ist mal wieder Sockentag. So Freunde, das war es auch schon mit diesem Video. Wenn euch das gefallen hat, haben wir ja schon gesagt, einfach mal einen Daumen hoch geben. Nein, mach das nicht, der lauten Scheiß. Okay, alles klar. Wir haben hier noch ein, zwei kleine Videos, die wir als letztes produziert haben. Einmal Ist nicht dein Ernst, unser Hauptformat. Und natürlich unsere Minecraft Real Life Parodie, wo wir mit vielen anderen YouTubern so for a day in eine Rolle geschlüpft sind. Einmal mal raufklicken und dann nicht vergessen, beim Event teilnehmen. Wenn ihr in Berlin oder Umgebung wohnt, das wird ein riesengroßer, geiler Flashmob zu Harlem Shake. Für 10 Leuten, unglaublichen 10 Leuten. Aber locker. Also mindestens 9. Mit uns 11. Ohne, mindestens. Wenn du sogar kommst, 12. Braucht man nichts mehr zu sagen, sag ich. So, passt schon. Tschüss. Tschüss. Tschüss.